Herr Dr. Funk, heute möchte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, was im Prinzip wir alle Frauen schon lange kennen und zwar die Botox-Behandlung. Jetzt ist es ja so, dass man oft gerade in Amerika Schauspielerinnen sieht, wo sich eigentlich überhaupt gar nichts mehr regt im Gesicht. Ist das schön? Ich finde eher nicht. Und was kann man machen mit Botox, dass es trotzdem, dass man noch ein Spiel im Gesicht hat? Gott sei Dank können wir die ganzen Maßnahmen, die wir mit dem Botox machen oder Botulinumtoxin, da gibt es ja unterschiedliche Stufen, können wir heute sehr relativ einsetzen. Also nicht dieses absolut tote Gesicht nach dem Motto so einfach so eine Arm-Mimik, wenn man eine Emotion ausdrücken möchte, was ja eigentlich nicht wirklich menschlich ist. Wir können heute diese Materialien an den Muskel spritzen, dort wo er halt wirkt, in einer relativen Form. Das heißt nicht, dass wir die Stärke zurücknehmen, sondern den Ort etwas verändern, wo wir es hinspritzen. Und somit können wir dann auch noch eine gewisse Basis-Mimik belassen, vor allen Dingen in ganz wichtigen Strukturen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal böse gucken will, dann weiß der das gegenüber, oh, 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 das ist ein bisschen kritisch. Da muss ich aufpassen. Also das können wir heute wunderbar belassen. Und dieses tote, starre Gesicht, was quasi faltenlos ist, das ist nicht mehr unser Sinn. Das war noch nie unser oder mein Sinn sowieso nicht, weil ich sehr auf natürliche Art und Weise behandle. Aber man hat es ja oft gesehen und man weiß natürlich auch dann von den Filmen aus Amerika, wie furchtbar die dann im Endeffekt aussehen. Aber man kann es sehr relativ einsetzen. Und wo im Gesicht hat man überall die Möglichkeit, mit Botulinumtoxin zu arbeiten? Also unsere Domäne ist das obere Gesicht. Also die Stirn, dann die Zornesfalten, dann auch die Lage der Augenbrauen. Ich kann sogar die Augenbrauen etwas anheben, obwohl als Komplikation das Augenbrauen absinken immer wieder besprochen werden muss. Das hat aber nichts mit einem Fehler zu tun, sondern hier entspannt nur die Muskulatur. Deshalb muss man sich auch manchmal anschauen. Die Patientin muss sagen, okay, für sie ist es jetzt nicht so geeignet. Sondern hier muss eventuell eine Lidschirurgie vorher gemacht werden, bevor ich überhaupt mit Botox richtig arbeiten kann. Das ist aber wiederum so eine Differenziertheit. Speziell so diese Lachfälchen kann ich etwas reduzieren. Und dann kann ich auch, wenn jemand zum Beispiel so lacht und man sieht das Zahnfleisch beim Lachen, kann man es wunderbar einsetzen, dass man das Dummy-Smile eben dann nicht mehr hat. Und dann im Halsbereich kann man sehr schön das Blattesmal, also unseren Halsmuskel, kann man etwas reduzieren. Der ganze Kopf ist quasi die Domäne für Botulinum-Toxy. Wenn man jetzt das Wort übersetzt, was dann Gift heißt, Schlangengift, bekommt man es ja doch etwas mit der Angst zu tun. Können Sie den Patientinnen diese Angst nehmen? Also es hat grundsätzlich in der Basis ist es Gift, ja. Auf der anderen Seite spricht man ja dann nur drüber, dass etwas passieren kann. Nur im Endeffekt, wenn ich jetzt ein Glas Wein trinke, bin ich näher am Alkoholtod, als wenn ich in Botulinum-Toxin spritze, weil es geht immer um die Menge. Und ich habe da einen extrem hohen Sicherheitsgap. Ich gebe Ihnen 80 Einheiten und 74.500 sind tödlich. Also sehen Sie mal, wie viel. Und wenn Sie ein Glas Wein trinken und wenn Sie dann drei Liter trinken, dann kann es manchmal schon anders aussehen. Also es ist alles relativ zu sehen. Wie wirkt dieses Botox, wie wir Laien das sozusagen nennen, wie wirkt das im Gesicht oder was macht es mit dem Gesicht? Das Gesicht beruhigt es einfach, die muskuläre Struktur und das ist auch der Ansatz, wie das Botox wirkt oder das Botulinum-Toxin wirkt. Es reduziert den Nervenstrom innerhalb von dem Gehirn zum Muskel oder am Muskel direkt. Wir nennen das Synapse, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber so grundsätzlich kann man sich eigentlich vorstellen, dass der Muskel nicht mehr die Aktivität hat, die er eigentlich normalerweise haben sollte. In der Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich gelesen, dass man Botox auch gegen Achselschweiß anwenden kann. Stimmt das? Das ist dasselbe Prinzip, also es stimmt. Das ist dasselbe Prinzip, was auf der einen Seite vom Nerv auf den Muskel übertragen wird, so wird das vom Nerv auf diese Schweißdrüse übertragen. Und diese Übertragungsinformation, die wird dann geblockt und somit schwitzt man nicht mehr in dem Maße, wie man eigentlich normalerweise schwitzen könnte. Ist diese Injektion sehr schmerzhaft? Nicht wirklich. Es piekst halt und das bestimmt 20 Mal auf einer Seite. Aber da kann man dann natürlich mit einer Creme arbeiten, dass es eben nicht mehr piekst und das geht so schnell, dass man auf der einen Seite den Gewinn, den man hat, in einem ganz anderen Licht sieht, als diese zwei Minuten, wo es mal piekst. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.